Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Dienstag, der 30. April. Ich bin Clemens Benke. Ja, worüber sprechen die Hamburger? Was bewegt uns? Was sind die Themen der Stadt? Was ist los bei uns in der Stadt? Hier erfahrt ihr es in eurem Stadtnachrichten-Podcast. Den gibt es montags bis freitags immer um 17 Uhr online. Denn überall, wo es Podcasts gibt und pünktlich dann zum Feierabend um halb sechs beim Radiosender Hamburg 2. Ich spreche heute über den Denkmalschutz bei uns in der Stadt mit Christina Sassenscheid vom Hamburger Denkmalverein. Ein Verein, der sich für den stärkeren Denkmalschutz bei uns in Hamburg einsetzt, denn unsere Stadt hat eine reiche Baugeschichte. Ich glaube, das sieht jeder Hamburger, jede Hamburgerin, die durch die Stadt spazieren gehen. Und das gewachsene Stadtbild, das wird auch bedroht. Und da geht es in unserem Gespräch auch um die vielen Diskussionen zum Thema Erhalt der Kühlbrandbrücke oder ganz heißes Thema gerade auch die Sternbrücke, die die Bahn ja gerne abreißen möchte und gegen eine neue, riesige Brücke austauschen möchte. Obwohl das eigentlich gar nicht sein muss. Denn es gibt viele Gründe, die gegen einen Abriss sprechen, sagte mir Christina Sassenscheid. Denn es ist ja ein Irrglaube, dass so eine Stahlkonstruktion nach 100 Jahren irgendwie weggeschmissen werden muss oder abgerissen werden muss. Es gibt wunderbare Konstruktionen, die 150 Jahre alt sind und älter und die noch eine sehr lange Lebensdauer haben. Was genau macht dieser Stadtentwicklungsdruck mit unserer Stadt? Wo sind Baudenkmäler bedroht und was kann man gegen die Bedrohung von Stadtdenkmälern unternehmen? Wie kann man sich da engagieren? Auch darüber spreche ich jetzt mit Christina Sassenscheid vom Denkmalverein Hamburg. Und den Überblick über die aktuellen Hamburg News, den bekommt ihr dann am Ende der Folge. Ja, ich freue mich über Christina Sassenscheid, die heute bei mir im Hamburg Aktuell Studio ist vom Denkmalverein Hamburg. Hallo erstmal Christina, schön, dass du da bist. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Christina, wir sprechen heute über den Denkmalschutz bei uns in der Stadt. Du bist Architektin, hast aber in Berlin studiert, bist aber Hamburgerin, also bist gebürtige Hamburgerin. Hast dann beim Denkmalschutz gearbeitet, beim Denkmalschutzamt und da dich um die Kommunikation gekümmert, also die Öffentlichkeitsarbeit mit aufgebaut. Genau, das gab es vorher nicht und da entstand dann eine richtige Stabstelle, die ich dann über sieben Jahre auch betreuen konnte. Das gab es nicht, kann man sich eigentlich auch schwer vorstellen, dass ein Denkmalschutzamt ohne Öffentlichkeitsarbeit arbeitet. Da hat sich glaube ich auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen was gewandelt in der Wahrnehmung der Bedeutung von Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit generell. Ja gut, dass du das gemacht hast auf jeden Fall. Jetzt bist du Vorsitzender des Denkmalvereins Hamburg. Das ist keine Behörde. Seit wann gibt es den Denkmalverein eigentlich? Ihr habt irgendwann ein Jubiläum gefeiert jetzt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Du bist bestens informiert. Der ist tatsächlich Anfang der 80er entstanden, also vor über 40 Jahren und das war eine Zeit, also 1975, die Älteren von 1920 erinnern, war das europäische Denkmalschutzjahr. Und das war wirklich so ein Paradigmenwechsel im Umgang mit historischen Gebäuden in den Städten vor allem auch. Also da hat man sich, hat man immer festgestellt, dass nach dem Krieg auch eine ganze Menge noch zerstört wurde und verschwunden ist und wollte dem etwas entgegensetzen. Und in der Folge wurden die Denkmalämter überall aufgestockt und es entstanden Stiftungen und Vereine und dieses zivilgesellschaftliche Engagement für alte Gebäude ist extrem gestärkt worden. Gab es da eigentlich schon ein Denkmalamt, also eine Behörde, auch gleich nach dem Krieg? Ist da eine aufgebaut worden oder war das da schon Thema? Es gab, genau, es gab schon seit 1920 ein Denkmalschutzgesetz und das war interessanterweise auch gleichzeitig kombiniert ein Naturschutzgesetz. Ja. Oh, jetzt will ich aber nicht zu tief einsteigen, aber es hat tatsächlich damit zu tun, dass so die Schöpfungen von Natur und Menschen sozusagen gleichrangig auch als Schutzgüter behandelt wurden. Und deswegen hatte man dann so ein gemeinsames Gesetz. Also unser Ursprung liegt ganz nahe auch an der Umwelt und finde ich halt auch spannend, wenn man heute guckt, wie wichtig auch das Thema Graue Energie ist und Gebäudeerhalt auch für den Klimaschutz. Gehört irgendwie zusammen, also nicht irgendwie, sondern gehört einfach zusammen. Wo seht ihr denn eure wichtigsten, also die vordringlichsten Aufgaben jetzt im Verein? Also was sollte bei den Menschen in Hamburg passieren, wenn sie Denkmal hören, bestenfalls? Natürlich ein ganz warmes, positives Gefühl von Heimatverbundenheit. Naja, für mich ist Denkmalschutz tatsächlich auch der Schutz der vertrauten Umgebung. Also wir als Denkmalverein sind da auch ein Tick anders aufgestellt als das Denkmalschutzamt, was ich immer sehr gut finde. Also wir beschränken unsere Aktivitäten nicht nur auf die unter Schutz gestellten Denkmäler, sondern generell auch auf das gewachsene Stadtbild oder auf den klassischen Gründerzeitbau, der irgendwie vertraut und liebgewonnen ist, aber vielleicht nicht unter Denkmalschutz steht. Also auch für den setzen wir uns ein an vielen Stellen. Aber wir haben es ja gerade erwähnt, es gibt ja auch das Amtliche, die Behörde, das Denkmalschutzamt. Und da steht der Behörde für Kultur, also der Kulturbehörde. Sind die eigentlich weisungsgebunden im Denkmalschutzamt? Ja, das ist genau. Weisungsgebunden, inwiefern? Also das ist tatsächlich, ich würde auch sagen, ein grundsätzliches Problem, also ein systemisches Problem, dass die staatliche Denkmalpflege in der Regel einem Ministerium oder einer Behörde untergeordnet ist, die eigentlich andere Interessen oft auch hat. Als Denkmalschutz. Genau, nicht, dass die Kulturbehörde andere Interessen hat, aber natürlich muss ein Kultursenater auch immer innerhalb des Senats schauen, was gibt es noch für öffentliche Interessen, was wollen die anderen Behörden. Dann will zum Beispiel die Stadtentwicklungsbehörde gerade dasselbe oder auch die Wirtschaftsbehörde. Und wenn andere Behördeninteressen sozusagen als wichtiger eingeschätzt werden, dann ist so ein kleines Fachamt doch schnell mundtot gemacht. Und da kommen wir dann ins Spiel. Also da sind wir einfach auch wichtig als politisch unabhängige Stimme. Das heißt so ein bisschen als Kontrollinstanz auch? Ich würde sagen, ja. Als ausgleichendes Organ oder als ausgleichendes Element sozusagen beim Thema Denkmalschutz. Das heißt, ihr seid auch öfter mal im Clinch mit dem Denkmalschutzamt hier in Hamburg? Das gar nicht so. Nein, nein, nein. Eher andersrum. Es ist so ein bisschen so, wie zum Beispiel Umweltverbände ja auch von außen immer wieder politisch unabhängig Stellungnahmen abgeben und damit aber auch die Fachbehörde von außen stärken. Denn sie sagen ja immer, hier, das kann ich sagen, also pochen darauf, dass zum Beispiel das Umweltschutzgesetz eingehalten wird. Und bei uns ist es so, dass wir natürlich auch immer wieder die Stadt Hamburg daran erinnern, geht gut mit euren Denkmälern um. Und das ist natürlich absolut im Sinne des Denkmalschutzamtes. Also das ist im Zweifel, also im besten Fall kann das Denkmalschutzamt auch innerhalb der Behörde sagen, ey, wenn ihr das macht, dann wird der Denkmalverein aber unbequem. Und so hoffen wir und sind da auch natürlich immer wieder im guten Austausch miteinander, dass wir das Amt auch in seinen Belangen von außen stärken. Also wir sprechen auch gleich noch über ganz konkrete Gebäude, um die ihr euch kümmert, die aus eurer Sicht erhaltenswert sind und die vielleicht schon abgerissen sind oder abgerissen werden sollen und so. Also kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Was mich noch interessieren würde, was meinst du denn, wie kann man denn das am besten zusammenbringen? Also zukunftsorientierte Stadtentwicklung mit mehr Wohnungsbau. Also das ist ja auch ein Riesenthema bei uns in der Stadt. Wir brauchen einfach mehr Wohnungen und es wird ja auch gebaut ohne Ende. Zu wenig. Und Denkmalschutz, vor welchen Herausforderungen steht der Denkmalschutz da? Da wir ja städtischen Denkmalschutz machen in einer Stadt wie Hamburg, ist das natürlich immer was ganz anderes als in einer ländlichen oder schrumpfenden Region, wo eher so die Einwohner hinweglaufen oder wegziehen, also wo dann einfach tolle Gebäude leer stehen. In Hamburg ist es tatsächlich genau das Gegenteil, dass hier ein hoher Entwicklungsdruck besteht und dass natürlich dann gerade so kleinere Denkmäler oder auch einfach Altbauten, die nicht sechs Geschosse hoch sind, schnell mal zur Disposition gestellt werden. Und ein grundsätzliches Problem ist natürlich auch, dass der Wohnraumbedarf pro Kopf in den letzten Jahrzehnten einfach immer weiter angestiegen ist. Deswegen fürchte ich, wir können gar nicht so viel nachbauen, wie dann letztlich wieder eine neue Wohnfläche okkupiert wird, durch einfach wachsenden, ja, ich weiß nicht, ob ich es Bedarf nennen darf, aber durch einfach die Tatsache, dass Menschen in dem Moment, wo sie mehr verdienen, sofort in mehr Wohnfläche investieren. Und das sind natürlich nicht diejenigen, die es eigentlich dringend bräuchten, also die den Wohnraum bräuchten, sondern es sind natürlich eher wohlhabendere Schichten, die immer mehr Quadratmeter in Anspruch nehmen. Also es ist eine schwierige Debatte, deswegen wird die auch politisch selten angefasst, aber wir müssen da, glaube ich, generell so ein bisschen effizienter und auch vernünftiger mit unserem Flächenbedarf umgehen. Wo konkret ist da der Denkmalschutz gefährdet? Also es gibt an so vielen Stellen sozusagen einfach diesen Nachverdichtungsdruck, ob das irgendwie, ja, Baulücken sind ja noch das geringste Problem, aber zum Beispiel so historisch letztlich auch gewachsene Qualitäten, die, ob das jetzt irgendwie ein grüner Innenhof ist, der einfach auch immer elementarer Bestandteil von der Siedlung war oder ich denke jetzt auch gerade an sowas wie City Nord oder so, wo natürlich auch die Großzügigkeit der Freiflächen und der umliegenden Grünanlagen einfach ein wichtiger Teil der Gesamtarchitektur war. Und wenn da was abgerissen wird, gibt es natürlich auch immer wieder den Erwartungsdruck, irgendwie, dass da deutlich mehr nachverdichtet wird. Also ihr habt ja auf eurer Seite drei ganz schöne Rubriken, finde ich. Gefährdet, verloren und gerettet. Genau. Ganz, ganz toll. Fragt man auch gleich nochmal drüber. Ich hatte den Eindruck, dass besonders viele Häuser aus der Gründerzeit bei uns leider unter die Rubrik verloren gegangen sind. Dass da in der Innenstadt, um eben neuen Wohnraum zu schaffen, dass da echt so wunderschöne alte Häuser auch abgerissen worden sind. Ja, also da... Stehen die eigentlich nicht unter Denkmalschutz? Oder kann man das kippen? Ja, das ist tatsächlich ein gewisser, wie soll ich sagen, das ist ein Dauerkonflikt, auch schon lange. Also da wir ja vorhin auch schon über so grundsätzliche Konflikte mit dem Denkmalschutzamt gesprochen haben, die es ja eigentlich generell nicht gibt. Aber es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir als Vertreter der Zivilgesellschaft einfach auch nochmal ein bisschen andere Erwartungen haben daran, was unter Schutz gestellt wird und was nicht. Und für die meisten Menschen sind halt Gründerzeitgebäude schon etwas sehr Wertvolles und etwas, was man schön und alt und sollte unter Schutz gestellt werden. Und so einfach ist es halt nicht. Das Denkmalschutzgesetz hat da ganz klare Kriterien und wir diskutieren trotzdem sehr regelmäßig auch mit den Zuständigen im Denkmalschutzamt darüber, ob etwas möglicherweise doch und noch auf die Liste könnte. Und die sind bei Gründerzeit doch sehr, wie soll ich sagen, sehr zurückhaltend. Da ist die Auskunft sehr regelmäßig. Wir haben schon sehr viel Gründerzeit auf der Liste und wir können ja nur eine Auswahl unter Schutz stellen. Und aus deren Perspektive kann ich das auch verstehen. Denkmalschutz ist ein großer Eingriff ins Eigentumsrecht, aber gleichzeitig gibt es da draußen auch die Erwartungen der Bevölkerung und auch der Politik. Und da versuchen wir sozusagen immer wieder auch natürlich darauf einzuwirken, dass dann auch mehr unter Schutz gestellt wird. Also ich finde im Zweifel sorgt es ja dafür, dass die Baukultur noch etwas reichhaltiger bleibt, noch etwas ökologische Werte auch erhalten bleibt. Aber wenn du sagst unter Schutz gestellt, ist das dann auch ein wirklicher Schutz oder kann so ein Denkmalschutz auch aufgehoben werden, um zum Beispiel andere Interessen zu verfolgen? Das kann, genau, das kann leider auch passieren. Das ist dann der Fall, worüber ich vorhin geredet hatte, wenn zum Beispiel andere öffentliche Interessen von anderen Behörden eine Rolle spielen und dann der Senat abwägt, dass beispielsweise die Hafenwirtschaft oder so wichtiger ist. Es gab da mal vor einigen Jahren ein großes Industrieareal auf der Peute, eine wunderschöne 20er Jahre, ein Komplex aus den 20er Jahren. Das wichtigste Beispiel für Industriearchitektur aus den 20er Jahren, wie es in mehreren Architekturführern hieß, war auch unter Denkmalschutz komplett und wurde trotzdem in Teilen abgerissen, weil die Hamburg Port Authority da den Rückhalt auch hatte, auch letztlich aus der Kulturbehörde, weil es hieß, da ist die Hafenwirtschaft wichtiger, da wurde ein Teil abgerissen und da stehen jetzt so Logistikhallen von Amazon. Schön. Genau. Also das heißt, wenn Gebäude unter Denkmalschutz stehen, ist das kein lebenslanger Schutz für diese Gebäude. Sollte es sein, ist es nicht immer. Und da kommt natürlich nochmal das Thema Verbandsklagerecht. Deswegen wäre es natürlich sehr gut, wenn wir als Verein, ähnlich wie Umweltverbände, auch ein Verbandsklagerecht hätten, weil dann könnten wir einfach, da würden wir nicht wild in jede Richtung klagen, sondern natürlich nur darauf achten wollen, dass das Denkmalschutzgesetz auch von der Stadt selbst eingehalten wird. Und das fehlt uns bislang als Instrument. Aber das ist ja noch nicht alle Tage Arbeit. Da arbeitet ihr noch dran. Ja, wunderbar. Da arbeitet man dran, genau. Sag doch nochmal noch ein paar Gebäude bei uns in Hamburg, die zwar nicht unter Denkmalschutz stehen, aber die aus eurer Sicht trotzdem erhaltenswert sind, damit wir mal ein paar Beispiele haben. Ja, ein Beispiel, was wahrscheinlich viele BewohnerInnen der Neustadt kennen, das ist am Zeughausmarkt, also in der Zeughausstraße 42 bis 44. Das ist ein freundliches, rosa gestrichenes Eckgebäude, was auch den Krieg überstanden hat und was durchaus so ein Wackelkandidat wäre für die Denkmalliste, was aber leider abgerissen werden soll und dann soll da ein Neubau entstehen, der dann den DIN-Normen an, ich glaube auch sozialen Wohnungsbau entspricht, etc., etc. Und das ist natürlich so ein grundsätzliches Problem, dass es sich überhaupt rechnet, so ein mehrstöckiges Gründerzeitgebäude abzureißen und stattdessen was Neues dahin zu setzen, was ja ökologisch gesehen Unsinn ist. Also man könnte ja das, was da steht, die Ressourcen weiter nutzen. Dass das überhaupt so ist, das zeigt, dass in der Bauwirtschaft einfach noch, also dass die Rahmenbedingungen einfach noch nicht die richtigen sind. Also da müsste man auch politisch mal ein bisschen nachsteuern. Okay, also du meinst jetzt, dieses Gründerzeithaus ist erhaltenswert, muss aber weichen, weil dort Wohnraum geschaffen oder mehr Wohnraum geschaffen werden soll. Aber man könnte durchaus in diesem Gründerhaus auch so Wohnraum schaffen, dass es allen Bedingungen gerecht wird, die erwartet werden. Genau, also es geht in dem Fall, meiner Kenntnis nach, geht es gar nicht darum, dass da mehr entsteht, sondern nur neuer Wohnraum. Also sozusagen, dass es aktuellen Anforderungen, zum Beispiel, dass die Treppe nicht so steil ist oder dass es eine Barrierefreiheit gibt, entsteht. Ich meine, wenn man jedes Denkmal abreißen würde, nur weil es nicht barrierefrei ist, dann würden uns, glaube ich, einige Denkmäler schmerzhaft fehlen. Also natürlich muss man immer gucken, was hat man für Anforderungen und wie lässt sich das alles wirtschaftlich und funktional umsetzen. Aber es gibt genug Beispiele, wo man auch gerade in Hamburg, zum Beispiel im Bereich der Industrieumnutzung, wo man sieht, mit etwas architektonischer Fantasie und auch erstmal dem grundsätzlichen Willen, sich mit dem Alten auseinanderzusetzen, lassen sich ganz tolle Lösungen finden und oft auch richtig spannende Mischungen aus Alt und Neu. Und da werben wir natürlich auch immer sehr für. Ja, ich muss dann immer ans Gängeviertel denken und die Diskussion, die da rum war. Und das ist ja quasi, das gehört jetzt in die Rubrik gerettet. Genau, genau. Und das ist ja ein klassisches Beispiel dafür, wie man mit Denkmälern auch umgehen kann. Das sollte ja eigentlich alles weg. Ja, und erstmal war das natürlich eine tolle Debatte. Da war ich damals auch sehr engagiert und habe sozusagen, warum, ja, soll ich sagen. Das ist jetzt auch schon wieder, lass mal überlegen, wie lange das hier ist. Das ist 15 Jahre. Es ist 15 Jahre schon wieder. Aber sehr präsente Debatte auch hier in der Stadt gewesen. Genau. Und ich finde es auch großartig, dass damals so viel öffentlicher Zuspruch kam aus der Bevölkerung, dass der Senat sich dann auch entschieden hat. Wir kaufen hier die Gebäude zurück. Also sowas funktioniert dann auch. Genau. Und deswegen bin ich auch eine große Verfechterin auch von klugen und auch fachlich kompetentem bürgerschaftlichem Engagement. Weil ich finde, das ist ein total wichtiges Korrektiv auch für politische Fehlentscheidungen. Und da würde ich mir natürlich auch an einigen Stellen aktuell wünschen, dass da der Senat noch etwas mehr zuhört, weil es gibt ja gute, also du wolltest jetzt gerade ansetzen, ne? Ich wollte gerade fragen, was meinst du denn zum Beispiel? Ja, ganz aktuelles Thema ist natürlich die Sternenbrücke. Da sehen wir leider gerade alle, was passiert und welche Folgen es schon hat. Die ersten wirklich wunderschönen Gründerzeitbauten, die sind abgerissen worden. Es ist, also ich glaube, das hat auch nochmal einige wachgerüttelt. Es läuft ja jetzt auch, es wird eine Klage vorbereitet. Ja. Es hat auch schon erste gerichtliche Schritte gegeben, sozusagen, die zumindest dazu geführt haben, dass die denkmalgeschützten Teile rund um die Sternenbrücke und der Sternenbrücke selber auch noch nicht angefasst wurden. Und es gibt, da könnte ich jetzt lange von erzählen, das Thema ist natürlich unglaublich komplex geworden, auch in den letzten Jahren. Aber die Initiative Sternenbrücke, die sich da für den Erhalt einsetzt, die hätte einfach noch viel mehr, wie soll ich sagen, auch Bereitschaft vom Senat verdient, zuzuhören und da auch nochmal neue Lösungen zu finden. Ich glaube, das ist so grundfalsch, was da gerade passiert. Ja, und vor allem uns wurde ja suggeriert, es gibt keine Alternative zum Abriss der Sternenbrücke, weil die den zunehmenden Zugverkehr, das ist ja eine wichtige Bahnlinie auch, da einfach nicht tragen kann. Stimmt das? Tja, das ist sehr interessant. Ich habe lustigerweise eben gerade noch telefoniert mit, ich habe gerade die Information bekommen, dass da über 8000 Seiten Akte veröffentlicht wurden vom Gericht, in denen ganz viele interne Kommunikationen auch veröffentlicht wurden. Das wird in den nächsten Tagen aufbereitet. Aber ein kleiner Vorgeschmack ist zum Beispiel, dass wohl vom Eisenbahnbundesamt, das ist sozusagen die zuständige Bundesbehörde, große Zweifel geäußert wurden, ob man die Brücke abreißen darf, weil eigentlich fachlich wäre das ja irgendwie gar nicht so vertretbar. Und daran glauben wir auch bis heute, genauso wie das Denkmalschutzamt, weil die Brücke hätte erhalten werden können. Also es wäre möglich gewesen, diese Konstruktion zu sanieren. Und zu stabilisieren, dass sie dem Vermehrtaufkommenden, dem Wachsinnverkehr auch gerecht wird. Genau, denn es ist ja ein Irrglaube, dass so eine Stahlkonstruktion nach 100 Jahren irgendwie weggeschmissen werden muss oder abgerissen werden muss. Es gibt wunderbare Konstruktionen, die 150 Jahre alt sind und älter und die, die noch eine sehr lange Lebensdauer haben. Es kommt einfach immer auf die Spannungswerte, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Jetzt kommt die Architektin zum Beispiel. Ja, finde ich gut. Ja, ich habe auch gehört, oder ist es so, ich frage dich, ist es nicht so, dass Stahlkonstruktionen sogar stabiler sind als Betonbrücken zum Beispiel oder sein können? Also da würde ich jetzt mal sagen, das kommt darauf an. Das kommt immer darauf an, was für ein Stahl verwendet wurde. Also im Fall der Sternbrücke und natürlich auch, was für ein Beton verwendet wurde. Also jetzt, oh Gott, jetzt will ich nicht zu nerdig daherreden, aber jetzt gerade bei der Sternbrücke wurde ein sogenannter hochfester Stahl verwendet, eine neue Stahlqualität, die in den 20er Jahren von der Bahn eingesetzt wurde, die sehr viel besser war als das, was man vorher verwendet hat. Wenn man sich das jetzt anguckt, sowas finde ich auch immer spannend, wie so diese unterschiedlichen Generationen auch von Gebäudetypen, auch in dem Fall jetzt Brückentypen, wie heiltbar die sind und wie jetzt auch mit denen umgegangen wird. Es droht ja sozusagen der nächste Verlust auch von denkmalgeschützten Brücken an der Sternenschanze. Also die Schanzenstraßenbrücken werden abgerissen. Die sind aber auch nochmal über 20 Jahre älter als die Sternenbrücke. Da wurde noch ein anderer Stahl verwendet. Da konnte man wohl tatsächlich nichts mehr machen. Da sagt auch das Denkmalschutzamt, nee, es geht nicht. Bei der Sternenbrücke ist die Sache anders gelagert. Übrigens ebenfalls bei der Norderelbbrücke. Die Norderelbbrücke aus den 20er Jahren, das ist die, die direkt hinter der Freiaffen Elbbrücke liegt. Die soll auch abgerissen werden. Ist noch nicht groß skandalisiert worden. Können wir ja jetzt mal mit anfangen. Ja, das ist eine große Brückenabriss hier in Hamburg. Und dabei haben wir noch nicht mal mit der Kühlbrandbrücke angefangen, von der Kühlbrandbrücke zu reden. Aber ja, das ist natürlich zunehmend ein Thema, Ingenieurbauten, die rücken, also sind auch schon längere Zeit im Interesse sozusagen auch des Denkmalschutzamtes im Fokus. Aber jetzt kommt natürlich eine Zeit, wo auch der Sanierungsstau der letzten Jahrzehnte irgendwie sich bemerkbar macht und wo man die einfach anfassen muss. Und das, ja, es ist schwierig mit einem Unternehmen zum Beispiel wie der Deutschen Bahn, die sich einfach über Jahrzehnte daran gewöhnt hat, der Bund zahlt für Neubauten und dann reißen wir ab und machen was Schickes Neues hin, was dann möglicherweise aber gar nicht so viel länger hält als das Alte. Es ist alles, es ist mit viel Kosten verbunden und ökologisch gesehen ist es oft Unsinn. Okay, aber nochmal, um auf das Thema Sternbrücke zurückzukommen, das ist noch nicht ausgestanden. Nee, absolut noch nicht. Die steht noch und es ist durchaus möglich, dass die weiter stehen bleiben kann. Dazu kann ich nur zwei, jetzt muss ich die Gelegenheit natürlich nutzen, zwei Hinweise. Einmal die Initiative Sternbrücke sammelt weiter Geld für die Klage, hat schon 64.000 Euro eingesammelt und braucht jetzt auch nur noch, ich glaube, 16.000. Und das andere ist, also das kann man über die Seite der Initiative auch sehen und das andere ist am 7. Mai, also in einer Woche, findet abends auch nochmal eine Vorstellung von einem ganz tollen Fotobuch statt, von einem Fotografen namens Stefans Pflug, mit ganz aktuellen Fotos auch der Brücke, die auch zeigen, wie wichtig diese Brücke einfach für den gesamten Stadtteil ist. Also es ist einfach, die war ikonisch oder ist ikonisch und ich hoffe, sie bleibt es. Ja, also sie muss nicht weg. Sie muss nicht weg. In meiner Augen nicht. Also es gibt keinen Grund, sie abzureißen, weil das Argument der Bahn ist ja immer gewesen, die schafft den zunehmenden Verkehr nicht, den zunehmenden Zugverkehr. Und du sagst, nee, schafft sie, wenn sie entsprechend wahrscheinlich auch restauriert werden kann. Genau, es gibt entsprechende Gutachten. Das andere Argument ist natürlich das Thema aktuelle DIN-Normen, Entfluchtung, aber da kommen wir jetzt in Details und am Ende muss man sagen, wenn man da überall, also wie gesagt, das Thema DIN-Normen ist natürlich bei Denkmälern immer eine große Herausforderung, aber wenn man da immer Knall hat, die DIN-Normen durchziehen würde, dann würden wahrscheinlich sehr viel weniger Denkmäler stehen, als sie es heute tun. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie groß sind denn eure Hoffnungen beim Thema Köbrandbrücke, haben wir gerade nochmal drüber gesprochen. Da ist ja immer noch die Petition auf eurer Seite. Ja, also noch ist gut. Die steht ja schon. Seit Februar haben wir ja die Petition veröffentlicht, die inzwischen schon über 25.000 Unterschriften hat, Tendenz steigend. Das heißt, in meiner Wahrnehmung befinden wir uns da erst noch ziemlich am Anfang. Die Köbrandbrücke soll ja laut Senat auch voraussichtlich noch mindestens bis 2046 stehen. Bis dahin wird sich auf so vielen Ebenen noch einiges tun, ob wirtschaftlich, ob hafenwirtschaftlich, also was die Hafenentwicklung angeht. Man wird wahrscheinlich in zehn Jahren auch nochmal sehr viel genauer wissen, was brauchen wir jetzt eigentlich noch für eine Brücke, was brauchen wir, wie viel Lkw-Verkehr kommt da. Wird tatsächlich der Container-Terminal in Altenwerder überhaupt noch für Großschiffe benutzt? Also es sind ja alles, da sind jetzt schon sehr viele Fragen. Das sind Fragen, die noch offen sind und es soll jetzt parallel eine neue Brücke gebaut werden auch und so lange soll die alte stehen bleiben. Genau, wobei unser Wunsch ist ja tatsächlich auch, wir können gerne eine Zwillingsbrücke direkt neben der Brücke bauen, die gleich hoch ist. Das würde niemandem wehtun. Darüber könnte man dann so bald wie möglich auch den Lkw-Verkehr abwickeln, weil tatsächlich ist es so, dass die alte Brücke unter den immer schwerer werdenden Lkws leidet. Also jeder Lkw, der darüber fährt, erschüttert diese Brücke. Aber die Hamburg Port Authority hat öffentlich mehrfach bestätigt, die Brücke könnte erhalten werden, wenn man nur die Lkw's runternimmt und dann könnte man ganz normal Pkw-Verkehr darüber führen und über eine zweite Querung dann die Lkw's. Das fände ich eine ideale Lösung, die auch schon zur Bauzeit vorgesehen war und daran arbeiten wir jetzt natürlich weiter, dass das auch irgendwie in die Köpfe kommt. Oder überhaupt keine Autos über diese Brücke schicken und die alte Brücke wird dann eine schöne begrünte Fußgängerbrücke. Das stelle ich mir auch geil vor. Ja, definitiv. Das hast du gesagt. Das würde ich jetzt insofern nicht so als allererste Lösung propagieren, auch wenn ich das persönlich natürlich toll fände. Aber dann kriegt man natürlich sofort um die Ohren, das ist ja naiv, warum sollten wir da irgendwie so eine Brücke halten, nur wegen Denkmalschutz und ein bisschen Fahrradverkehr. Weil es geht. Weil es geht, genau. Weil das einfach ein international wirklich bekanntes und ganz tolles Ingenieurbauwerk ist. Genau. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich doch nochmal kurz zur Schilleroper was fragen. Wie ist da der aktuelle Stand? Vielleicht können wir das auch noch mitnehmen. Ja, genau. Dauerthema Schilleroper. Ein Sorgenkind seit Jahrzehnten. Und aktuell spielt die Eigentümerin mal wieder auf Zeit und soll eigentlich einen Korrosionsschutz aufbringen. Die Metallkonstruktion steht ja jetzt sozusagen frei und jeder kann sie sehen und natürlich leidet die auch entsprechend unter dem Wetter. Und da müsste einfach, da ist eine Auflage jetzt auch vom Amt, dass da ein Korrosionsschutz drauf kommt. Und ein relativ neues Gutachten hat ergeben, dass die Metallkonstruktion auch erhalten werden kann. Das war auch nochmal eine wichtige Bestätigung. Das heißt, jetzt liegt der Ball wieder bei der Eigentümerin. Und da hoffe ich natürlich, dass die Behörde auch da den notwendigen Druck ausübt und dass da halt auch ganz bald was passiert. Im Zweifel gibt es dann das Instrument der sogenannten Ersatzvornahme. Das heißt, dann bestellt man einfach Handwerker hin oder zieht eine Maßnahme durch und die Rechnung geht hinterher an die Eigentümerin. Die setzt so ein bisschen auf Zeit, hat das Gefühl auch die vergangenen Jahre. Genau. Die hat sich da glaube ich auch einfach unter falschen Voraussetzungen, mit falschen Erwartungen irgendwie um dieses Eigentum gekümmert. Und jetzt müsste man da glaube ich mal Konsequenzen ziehen. Und da ist die Behörde auch dran. Also muss ich jetzt auch fairerweise sagen, die sind da auch seit Jahren, frisst glaube ich unglaublich viel Zeit. Aber die müssen natürlich auch bestimmte Fristen einhalten. Die können nicht einfach sagen, so jetzt machen wir hier mal für eine halbe Million eine Restaurierung und danach gucken wir mal, ob die Eigentümerin das auch wirklich bezahlt. Also das ist am Ende ja auch Steuergeld, was die dann sozusagen für die Verantwortung haben. Insofern kann man aber nur von außen immer wieder positiven Druck ausüben. Das macht ja sozusagen auch die Nachbarschaft. Bleibt auch bei der Schilleroper weiter spannend. Christine, ich habe so wahnsinnig viele Fragen, die mir jetzt auch gerade noch durch den Kopf führen beim Thema. Ich komme wieder. Ich glaube, du musst echt wiederkommen. Also ich habe hier noch eine Notiz stehen, Litfaßsäulen, Kopfsteinpflaster und so weiter. Das sind ja alles Themen. Das ist, die kann man, ja, da nutze ich mal die Gelegenheit. Wie viele Litfaßsäulen haben wir denn noch in Hamburg? Acht, sieben, also historische. Historische, genau. Das sind meines Wissens nur noch fünf Stück. Wow. Oh, ja, jetzt würde ich nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es fünf Stück sind. Die sieht man noch. Also eine ganz besonders schöne steht zum Beispiel am Spielbudenplatz, direkt vor den tanzenden Türmen. Ja. Und das ist ein bisschen verrückt. Die stand da schon, die hat schon sozusagen wechselnde Gebäude da an der Reeperbahn 1 mitbekommen. Also sie steht da einfach so ein bisschen schief irgendwie in der Gegend rum, aber wird erhalten. Und ich finde die bezaubernd. Das ist halt so eine Erinnerung an eine andere Zeit. Ja. Ja, also eine steht auch auf dem Kirchplatz in einem Spüttel, wie heißt die Kirche da noch? Apostelkirche. Apostelkirche, genau. Das ist ja auch noch ein ziemlich altes Teil. Also die sind so, die haben so eine spezielle, noch so eine richtige Eindeckung und sind aus Backstein. Und so eine schöne Spitze auch noch oben drauf. Ja, genau. Und am neuen Pferdemarkt ist auch eine. Ja, kenn ich auch. Also auf jeden Fall auch erhaltenswert. Genau. Wäre auch ein Thema. Was hast du mitgebracht? Was wolltest du mir gerade zeigen? Genau. Ich dachte mir, ich kann jetzt gleich mal Werbung machen, weil wir haben ja einen Podcast, bei dem man auch genau auf solche Details wie Litfaßsäulen oder auch anderes irgendwie nochmal in den Fokus legen kann. Und das ist wie ein Audioguide im Museum. Man setzt sich einfach seine Kopfhörer auf, nimmt sein Smartphone in die Hand und kann dann jeweils an einem anderen Startpunkt losgehen. Also wir haben Touren durchs Gängeviertel, durch den Wohlerspark, durchs Generalsviertel, durchs Alster Vorland, viele Parks dabei und da spaziere ich immer mit den jeweils zuständigen DenkmalpflegerInnen durch die Stadt und man lernt ganz, ganz viel die Stadt neu sehen. Das macht super viel Spaß, nicht nur mir. Kann ich auch unbedingt empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Podcastprojekt, gefällt mir sehr gut. Ich habe die Folge zum Wohlerspark jetzt auf dem Weg hierher nochmal gehört. Auch super interessant. Ist ja ein alter Friedhof, ne? Genau, genau. Und da gibt es auch unglaublich viel zu entdecken mit euch. Es macht wirklich Spaß, das zu hören. Das heißt, genau, dann sage ich es auch einmal, Denkmal im Wandern. Ja, natürlich sagen wir das. Denkmal im Wandern ist auch ein toller Titel, finde ich. Und ist sozusagen auf allen gängigen Podcastplattformen. Lass uns doch generell nochmal auf den Verein zurückkommen. Ihr habt ja verschiedene Aktivitäten, ne? Also jetzt das Podcastprojekt und man kann sich mit euch auch auf den Weg machen, um alte Denkmäler zu besichtigen. Das bietet die an, ne? Nur für Mitglieder? Ja, also ich sortiere mal ein bisschen. Also der Podcast ist eine Kooperation mit dem Denkmalschutzamt. Wir haben eine weitere Kooperation, das ist der Denkmalsalon. Da kann man sich auch öffentlich anmelden. Also das ist eine öffentliche Diskussionsreihe. Den machen wir zusammen mit dem Denkmalschutzamt der Zeitstiftung und der Stiftung Denkmalpfleger Hamburg. Dann gibt es aber auch natürlich unsere ganzen eigenen Formate. Wir haben zum Beispiel Garteneinsätze, wo man in Grünanlagen garten kann. AG Grün, glaube ich. AG Grün organisiert das, genau. Das ist auch nicht nur für Mitglieder. Also das ist für alle, die einfach Lust haben, weil die keinen eigenen Garten haben und gerne mal irgendwie ein bisschen mitbuddeln wollen, können sich gerne bei der AG Grün melden. Und dann haben wir nur für unsere Mitglieder Besichtigungen, Denkmalbesichtigungen, wo man dann einfach in sonst nicht öffentliche Orte reinschauen kann. Also man kann Mitglied werden bei euch beim Denkmalverein Hamburg. Das ist sogar wünschenswert und empfehlenswert. Also ihr macht ja auch wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ihr seid nicht nur ehrenamtlich unterwegs. Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, aber das ist relativ neu. Es gab, naja, es gab schon über, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, ich glaube 2019, genau. Also über fünf Jahre haben wir jetzt auch hauptendliche Stellen, was total wichtig war einfach, um so eine kontinuierliche Arbeit auch zu gewährleisten. Wir machen, also dieser Verein wächst und wächst seit Jahren. Also als ich damals den Vorsitz übernommen habe, das war 2016, war noch bei um die 200 Mitgliedern. Inzwischen haben wir über 830. Wow. Ja. Und Tendenz, wie gesagt, steigend. Und vor allem werden wir auch immer jünger und immer engagierter. Das finde ich halt auch so toll, weil wir inzwischen mehrere Arbeitsgruppen haben von Ehrenamtlichen, die sich so um unterschiedliche Themen kümmern. Und das wächst und gedeiht. Und meine Aufgabe ist es, letztlich dann immer so ein bisschen zu koordinieren und das zu unterstützen, dass die Ehrenamtlichen auch gut arbeiten können. Ja, natürlich. Und vielleicht ist nochmal der Hinweis wichtig, Studierende zahlen bei uns nur 10 Euro im Jahr. Wir wollen natürlich den Einstieg. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Das ist okay. Und ansonsten sind wir 40 Euro im Jahr. Das ist nur, falls die Frage über dem einen oder anderen im Kopf schon aufgetauscht ist. Und wie man Mitglied werden kann, das erfährt man dann auf eurer Seite. Auf feldmahlverein.de ist wirklich einfach. Und da gibt es eben auch, wie gesagt, diese ganz tollen Rubriken mit verloren, gefunden, nein, nicht gefunden, verloren, gefährdet, gefährdet. Das ist natürlich die heißeste Rubrik, verloren und gerettet. Und die Rubrik ist einfach gut für die Seele. Da kann man mal reinlesen. Da kann man zum Beispiel auch erfahren, warum dieser Kahlschlag am Gänsemarkt jetzt, der ja auch, ich fand, relativ sang- und klanglos da stattgefunden hat, warum dieses Gebäude erhaltenswert gewesen wäre. Genau. Klickt man sich einfach mal auf die Seite. Genau, unbedingt anlesen. Christina, wenn du, letzte Frage, wenn du jetzt einen ganz dringlichen Wunsch in Sachen Denkmalschutz hier bei uns in Hamburg hättest, was denkst du, was muss jetzt ganz, ganz dringend passieren? Wo seid ihr gerade dran? Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass der Senat unserer Forderungen folgt und die eine mögliche Sanierung der Kölbrandbrücke prüft, überhaupt nur prüft. Das ist das, was wir in unserer Petition auch fordern. Petition auf Change.org, Kölbrandbrücke. Alle, die noch nicht unterschrieben haben, sind herzlich dazu eingeladen. Also wir fordern darin eine ergebnisoffene, unabhängige Prüfung, ob und wie es möglich ist, die Kölbrandbrücke zu erhalten. Und das wäre, glaube ich, so mein dringlichster aktueller Wunsch. Ansonsten habe ich natürlich noch viele, viele kleine Wünsche, aber das würde jetzt den Rahmen abzusprechen. Wie gesagt, du kommst einfach wieder. Sehr gerne, ja. Christina Sassenscheid, heute bei Hamburg Aktuell, unserem Stadtnachrichten-Podcast. Toll, dass du hier warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke dir. Hamburg Aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast montags bis freitags immer um 17 Uhr. Was ist heute sonst noch so los bei uns in der Stadt? Hier ist unser aktueller Hamburg-News-Überblick mit Markus Steen aus unserer Stadtnachrichten-Redaktion. Gute Nachrichten von Bus und Bahn. Das Deutschland-Ticket hat gerade die Schallmauer durchbrochen. Pünktlich zum einjährigen Geburtstag gibt es jetzt eine Million Menschen mit Deutschland-Tickets in unserem HVV. Damit ist Hamburg bei der Marktdurchdringung mit Deutschland-Tickets bundesweit auf Platz 1. Ich sehe schon unseren Verkehrssenator Anis Thiaks vor Freude auf dem Bürotisch tanzen. Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, hat ja seinen Deutschland-Sitz hier bei uns in Hamburg. Das Unternehmen hat jetzt ein Verfahren vor der Europäischen Kommission am Hals. Es geht um den Verdacht auf Verstöße gegen das EU-Recht. Die Kommission prüft, ob das amerikanische Unternehmen europäische Regeln im Umgang mit politischer Werbung gebrochen hat. Worum geht es da genau, Sarah? Im Juni wird das Europaparlament neu gewählt und viele hier in Brüssel gehen davon aus, dass Russland versucht, Einfluss auf die Wahl auszuüben. Durch Propaganda auf sozialen Netzwerken zum Beispiel. Ein noch relativ neues EU-Gesetz verpflichtet Plattformen wie Facebook X und Google eigentlich dazu, schnell gegen illegale Inhalte im Netz vorzugehen. Die EU-Kommission hat aber den Verdacht, dass der Facebook-Konzern Meta das nicht so genau nimmt und unter anderem manipulierte Inhalte im Zusammenhang mit der Europawahl nicht ausreichend bekämpft. Und da jeder Klick durch Werbung ja Geld für Facebook und Instagram bringt, verdient der Konzern auch noch an den Fake News, wenn die Vorwürfe stimmen sollten. Wir bleiben an dem Fall dran. Nachdem Unbekannte letzte Nacht auf das Café Amare am Schulterblatt geschossen haben, sucht unsere Polizei jetzt Zeugen. Was wissen wir stand jetzt über den Anschlag leer? Laut den bisherigen Zeugenangaben wurde um kurz vor Mitternacht aus einem fahrenden Auto auf die Fensterfront des Cafés geschossen. Zu dem Zeitpunkt waren glücklicherweise keine Menschen in dem Café und niemand wurde verletzt. Danach soll das dunkle Auto über die Eimsbüttler Chaussee in den Duschweg geflüchtet sein. Vor dem Lokal hat die Polizei Patronenhülsen gefunden, die jetzt von der Kriminalpolizei untersucht werden. Wer Hinweise zum Hintergrund oder dem Täter geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Danke für die Infos, Lea. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast montags bis freitags immer um 17 Uhr. Morgen allerdings ist Feiertag, der 1. Mai, auch bei Hamburg Aktuell. Und am Donnerstag übernimmt dann mein Kollege Marc Elvers. Da gibt es auch den versprochenen zweiten Teil des Talks mit Michel Abdullahi. Ihr erinnert euch, da geht es um seinen neuen Film zum Thema Eisbärenjagd in Kanada. Und das ist wirklich eine heftige, eine spannende Story um Menschen, die ganz legal auf Eisbärenjagd gehen und dafür viel, viel Geld bezahlen. Hört ihr unbedingt rein in die Folge dann von Hamburg Aktuell am Donnerstag, das ist der 2. Mai, ab 17 Uhr. Ansonsten abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten.hamburg2.de. Ich bin Clemens Benkel. Bis dann. Tschüss. Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.